Hallo Freunde der Fahrstelle bei Marker H. Es freut mich wieder sehr, dass ihr mich auf meinen Wegen begleitet. Heute werde ich mein neues Fahrzeug von meinem Fuhrpark abholen. Zunächst muss ich es aber bei einer Zulassungsstelle anmelden. Was braucht man für eine Anmeldung? Kaufvertrag, also das Eigentumsnachweis, einen Ausweis, eine Versicherungsbestätigung, da war meine Versicherung schon so nett und hat eine Deckungszusage dorthin geschickt. Geld natürlich fürs Anmelden, den Pickel, also das Pickel, die Graf 57A Plakette werde ich hier gleich erhalten, weil es eben ein neues Fahrzeug ist. Ja, ich habe alles hier bei mir dabei, vorbereitet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und los geht's. So, hallo liebe Leute. Gestern war ich das neue Fahrzeug anmelden. Ich wollte auch gestern gleich holen, das neue Fahrzeug, jedoch ist mir leider in der Fahrschule etwas dazwischen gekommen. Kein Problem, hole ich das Fahrzeug eben heute in der Früh ab. Wir befinden uns jetzt eben hier vor dem Porsche Wiener Neudorf, wo schon das neue Fahrzeug auf mich wartet. Ja, begleitet mich einfach zu meinem neuen Auto. sagt er das Wiener Neudorf, wie es das兩本 ist am Ellen Mond Das Zettelwerk wurde erledigt, Schlüsselübergabe erfolgt. Ich werde jetzt das neue Fahrzeug in Betrieb nehmen. Da steht der Bolide. Ist noch unbeklebt, das heißt ich fahre jetzt zu meinem Bekleber, damit meine Werbung da auch hinauffabriziert wird. Aufsperren. So, hat mich gefreut, dass ihr mich auf meinen Wegen begleitet habt. Ich befinde mich jetzt in meinem Auto, begebe mich jetzt Richtung Fahrschule bzw. auch Beklebung des neuen Autos und es würde mich freuen, wenn ihr mir weiter auf meinen Social Media Kanälen folgen würdet und mir eure Kommentare wieder abgeben würdet, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.